Hi Ho und Willkommen zurück meine lieben Zwerge und Zwergenfreunde zur Game of Dwarfs. Ja, wir haben in der letzten Folge ja den gelben Magier in seinem Labor besiegt und dürfen uns nun ins letzte Gebiet begeben, nach Storberg. Orte der Turm des Magikus, da steht es jetzt manchmal richtig und nicht Magikus Turm, der verseuchte Berg. Gewaltige Berge strecken sich bis in den Himmel. Dies ist das höchstgelegende Land Wannerheims und nur hier schneit es das ganze Jahr. Hier gruben sich die Zwerge tief in den Bergen und fanden viele wertvolle Rohstoffe, aber auch dunkle Geheimnisse, um die sich bis zum heutigen Tag Legenden ranken. So, wir haben zwei Orte zur Auswahl, einmal der verseuchte Berg, das ist ein Gefahrenbereich. Dies war einst der erste Berg, den die Zwerge nahezu vollständig ausschachteten. Dies war einst der erste Berg, den die Zwerge nahezu vollständig ausschachteten. So ist es richtig. Sie erhöhten ihn beinahe komplett aus und errichtete in seinem Inneren Großsee hinein, hinauf bis zum Gipfel und so tief hinunter wie eben möglich. Das hiesige Rohstoffvollkommen war so enorm, dass diese Siedlung zu einer der luxuriösesten im gesamten großen Königreich wurde. Wer weiß, was heute noch von ihr übrig ist. Ja, und das ist der Turm des Magikus. Gefahrenbereich. Dies ist die Heimat- und Unterstuf des Magiers Magikus. Der Turm wurde mit Hilfe von der Rohstoffreserven an Drachenblut gebaut, die die Zwerge zurückgelassen hatten. Der Turm erstreckt sich weit in den Himmel, was ihn zum höchsten Punkt ganz Wannerheims macht. Ein perfekter Sitz für einen schwarzen Magierfürsten. Bleiben wir mal beim verseuchten Berg. Spielen! So, ich hoffe, wir sind da. Pause. Denn der Turm des Magikus ist dann wohl das letzte Gebiet. Wir haben hier oben gleich Drachenblut. Okay. Tausend Drachenblut sammeln. Ja, sehr schön. Okay, die Räumlichkeiten sind sehr klein gehalten. Wenn ich das richtig sehe, haben wir nicht mal einen Hochgang nach oben. Wow, hier streifen Orcs umher. Ja, gut. Viel zu tun. Wie immer. Erstmal vergrößern wir das hier. Hier ein bisschen nach hinten noch, dass wir da zwei Kisten mindestens platzieren können. Oder wir gehen in die Richtung. Eins, zwei, drei, vier. Und in die Richtung. So, da wird der Raum hier groß genug. Dann hier ausbuddeln. Hier ausbuddeln. Hier ausbuddeln. Dazu machen wir gleich einen Zwerg. Wir sind ja nicht angekommen. Nur hier zu sein macht mich schon nervös. Nur diese Gelegenheit konnten wir uns nicht entgehen lassen. Hier haben wir den Krieg verloren. Niemand weiß, was hier geschehen ist. Mehrere Zwergenklans sind spurlos verschwunden. Immer erst herausfinden, was passiert ist. Jawohl, jetzt fühle ich mich gleich viel besser. So, ein Bergarbeiter bitte. Und der andere wird gleich zum Militärzwerg gemacht. Okay. Während die arbeiten, gucken wir uns mal die Quests an. Niedergang eines Königreichs. Findet Antworten. Dies ist das Gebiet, in dem einst viele Zwergenklans spurlos verschwanden. König Vater hat uns den Auftrag gegeben, nach Hinweisen zu suchen, die Aufschluss über die damaligen Ereignisse geben. Die Aufschluss über die damaligen Ereignisse geben. Wir müssen sehr sorgfältig vorgehen in dieses Gebiet, gründlich durchsuchen. Trotzdem habe ich natürlich das Gefühl, als ob uns etwas oder jemand ständig beobachten würde. Der Allwissende. Die zurückgeliegenden Tafeln sollten für uns die einzige Möglichkeit zur Rekonstruktion dessen darstellen, was hier vor langer Zeit passiert ist. Oh, Text. Und warum ich? Was hofft ihr, werde ich finden? Schaut doch, wie weit ihr es geschafft habt. Wenn ihr nichts herausfinden könnt, wer dann... herausfinden, was der Grund für das Verschwinden so vieler Zwerge war. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. So, gucken wir weiter. Also, die zurückgelassenen Tafeln sollten für uns die einzige Möglichkeit zur Rekonstruktion dessen darstellen, was hier vor langer Zeit passiert ist. Die Zwerge müssen die Geschehnisse niedergeschrieben haben. Vielleicht hielten sie sich auch den Grund fest, weshalb sie letztendlich alle verschwanden. Wenn wir einige Tafeln finden und sie lesen, so werden wir vielleicht hinter die Geheimnisse kommen und einen Platz in den Geschichtsbüchern Hemphorz erlangen. Hass auf Verstärkung und feindliche Portal zerstört. Es gibt nichts nervigeres, als das mit angsteinflößenden Viechern, mit scharfen Zähnen, ein Haus zu teilen. Wir müssen ordentlich ausbissen, um das Zeug loszuwerden. Wir sollten alles, was uns beißen will, finden und vernichten. Eine Macht, mit der man rechnen muss. Die verschwundenen Zwergenklanz waren ursprünglich hierher geschickt worden, um so viel Drachenblut wie möglich zusammen. Davon versprach man sich für den großen Krieg einem Vorteil gegen die Magier. Was wäre, wenn wir ihre Aufgabe verändern können? Wenn wir genug Drachenblut finden können? Na, wen haben wir denn da? Was, wer ist da? Ja, das ist genau, was ich mich frage. Nein, nicht mich, du. Wer bist du? Nein, 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 das würde die Spannung verderben. Bist du eine Spinne oder eine Schlange oder sowas? Nein, du interessierst mich viel mehr. Lass uns sehen, wen zuerst entdeckt. Ich werde dich beobachten. Was wäre, wenn wir die Aufgabe verändern würden? Wenn wir genug Drachenblut finden würden, dann könnten unsere Brüder und Schwestern, die einst von hier verschwanden, vielleicht endlich ihren Frieden finden. Zumindest das sollte doch Hemphons Aufmerksamkeit erregen. Gut, wir haben Undigium gefunden an den Stellen hier. Was nicht so toll ist, aber damit kommen wir eigentlich klar. Was wir jetzt eher finden müssen, ist... Hier ein Cluster, wo wir unsere Forstwirtschaft errichten können. Äh, Forstwirtschaft, unsere Landwirtschaft. Wandwirtschaft. Ja, Essen geht noch einigermaßen. Ich sollte schon mal unsere... Ja. Unseren kleinen Schrank errichten. Und wie gesagt, das hätte ich eine nette Mechanik gefunden, wenn sich Möbel mit der Zeit abnutzten. Wow, das ging aber schnell. Gut, äh, zweite Luft oder etwa erstmal die Handwerksverbesserung? Erstmal die Handwerksverbesserung, dann können wir zweite Luft als nächstes machen. Und dann geben wir auch gleich den guten Tisch. So. So, ich hoffe, meine Bergarbeiter wollen jetzt wieder arbeiten. Jo, wollen sie dahinter ist Stein, das ist auch gut. Weil jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Stein. Um da raus dann noch eine von den großen Steintruhen zu bauen. Ich will den Raum ungern in die Richtung verlängern, also muss ich wahrscheinlich für die andere Truhe... ...irgendwo noch einen Platz finden. So, gut, Forscher ist beschäftigt. Und den Raum kann ich ruhig verlängern. Okay, hier ist eine dicke Tourmalinader. Oh, das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Die können wir ja nachher ausfüllen und die sechs Blöcke mit Holz wieder verschließen. Baut erstmal den Stein hier zu Ende ab. Hier oben sollten wir dann auch aushöhlen. Irgendwann bei Gelegenheit. Jetzt müssen wir aber erstmal gucken, dass wir hier ein bisschen... ...freimachen. Habt ihr auch so ein komisches Gefühl, als ob einem etwas aus dem Schatten beobachten würde? Kommt schon, Schluss mit den Albernheiten. Konzentriert euch auf unsere Aufgabe. Oh, ich bin... ...obachte immer. Ich bin in jedem Schatten. Ah, du schon wieder. Hast du mich schon gefunden? Vielleicht bin ich dir schon näher, als du denkst. Also, wenn du in jedem Schatten bist, hast du recht, dann bist du uns wohl bestimmt sehr nah. Ganz großartig, ja. Was mir übrigens dazu einfällt, Zwerge werfen irgendwie keine Schatten, Zwerge leuchten. Was wirft denn überhaupt Schatten? Ich glaube, es gibt gar keine Schatten in dem Spiel, oder? Jetzt muss ich jetzt mal kurz in den Optionen nachgucken. Aktiviere Dark Mode. Was auch immer der Dark Mode macht. Äh, keine Ahnung. Ich habe ihn mal wieder deaktiviert, sicherheitshalber. Oh, der Tisch wirft den Schatten. Yay. Drachenblut da unten. Dass wir hier jede Menge Drachenblut haben, finde ich schon mal sehr gut. Das heißt, ich kann eine kleine Armee von Unsterblichen... ...wie das klingt... ...ausbilden. Also, ich würde so mal auf drei bis vier Unsterbliche tippen. Und ich kann meinen Voreimer verbessern gleich. So. Also, meinen Zwergenhort. Da wäre ein Raum... Sehen wir sonst noch irgendwo Räume? Ja, ein Stück weit da oben. Und da oben sind eben Orks. So, da wir jetzt genügend Freiraum haben... ...klaue ich den Orks ihren Zwergelschneemann. Da ist noch einer übrigens. Ja. Was man beim zweiten Mal spielen so alles findet, hä? Ja, da oben ist was... ...und da ist ein Weg weiter. Was ich auf jeden Fall jetzt gleich mal machen sollte... ...mit dem bisschen Eisen, was ich habe... ...zwei Trainingspuppen ausstellen. ...dass die... ...beinen Militärzwerge trainieren können. Und ja, hier ist auf jeden Fall Erntefläche. Das finde ich gut, dass da genügend Erntefläche ist. Dann zu sehen, dass du ein Listen 행복 ist bei ihr. Wow, ich hab jetzt mal gesagt. Und da sind sehr, dass wir nicht, oder nicht. Dann Move-ie auswärtsst und vom Karmler gestogan. Dann war es in der Augen выгляд. dzy ich könnte auch nicht die complimentary meals an,